Wenn man kommt, dann spielen wir den Song mit euch. Da waren wir natürlich auf der Bühne auf der totalen Zwickmühle. Das Publikum hat das ja nicht gewusst, so. Aber wir waren natürlich ein bisschen der krasse Unsympath, der jetzt einen kleinen, jungen Mann so sagt, so. Ha, nein, das ist viel zu frech. Wir drehen jetzt wieder ab und daheim zurück. Mussten wir machen, aber wir haben versprochen, wir schreiben ihn auf die Gästenliste. Und heute ist der Standort wirklich am Start. Ich würde sagen, ich würde sagen, ich würde sagen, guten Tag die Zeit, wenn wir jetzt nochmal drehen. Ja, lass uns diese Harry Styles-Romente werfen. Haben wir natürlich alles abgesprochen vorher. Das würde natürlich alles zu missbrücken. Hey! Wie war der Name nochmal? Hallo, ich bin Arthur. Arthur! Applaus für Arthur! Hey Arthur, jetzt hat sich das Rad ja verändert in der Zwischenzeit. Jetzt ist ja nicht mehr 500k drauf. Ich glaube, irgendeine Nummer ist noch drauf gekommen. So, Vollständigkeit halber, damit es auch die Leute da oben sehen, es gibt hier noch die Zigarettenpause. Arthur, hol kurz weg. Mach deinen Kopfhörer-Schuss auf. Genau. Der hat sich zähl gewöhnt. Ich habe damit nichts zu tun. Okay, Arthur, willst du einfach mal, oder hast du ein Favorit, was du drehen würdest gerne? Hast du einen Song, den du gerne drehen würdest, von denen die zur Auswahl stehen? Also, ich würde gerne das 500k drauf. Okay, das hast du schon mal probiert, das hat schon mal nicht geklappt. Arthur, drehen wir einfach mal am Rad, wir gucken mal, was rauskommt. Nee, drehen wir einfach mal am Rad. Willst du jetzt noch ein Stück Wasser trinken? Okay. Schön, dass du den Kopf bist. Arthur, du hast scheiße in den Disco gedreht. Jetzt überlege ich gerade, hast du ein Handy dabei? Hat dein Vater ein Handy dabei? Können wir uns jetzt vielleicht was ausleihen? Arthur, hat dein Vater be real? Okay, jetzt will ich mich hier in der Primatzeile rumsuchen. Wo ist ein Foto? Wo ist ein Foto? Okay, an den ganzen Klassenchat. Das geht raus. Warte, ständig mal hier drauf am besten. Okay, pass auf, wir, 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 äh, warte, komm mal runter, komm mal runter. Guck mal, hier, 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 hier haben wir so eine kleine Stufe gebaut, dann kannst du runterklettern. Guck hier, hier, hier. Ah, Arthur, hier, 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 gehst du da rein? Applaus für Arthur! Applaus für Arthur! So, gewünscht für Arthur. Willkommen von Arthur. Berlin! Scheiße, Liedesko!